Nachdem der Tunnel durch Schlag und Bergmännische Bergbau erfolgreich abgeschlossen wurden, erfolgt nun im nächsten Schritt die Verkleidung der Tunnelwand mit einer Innenschale. Diese soll eine möglichst lange Lebenszeit und Standsicherheit des Tunnels garantieren. Der Tunnel wird über den gesamten Vorgang hinweg in einzelnen Segmenten bearbeitet. Dadurch können mehrere Arbeitswägen nacheinander versetzt gleichzeitig arbeiten. Im ersten Arbeitsschritt wird die Sohle mit einer Folienabdichtung versehen. Die Folie soll verhindern, dass Wasser von außen in den Beton eindringen kann. Zunächst werden Unebenheiten in der Spritzbetonaußenschale durch eine Grundierung eingeebnet. Darauf folgt die Verlegung eines Schutzflieses und letztendlich die Anbringung der Folie in Form einer 3 mm dicken Kunststoffbahn. Anschließend erfolgt die Bewährung der Sohle. Dazu werden Stahlgewebematten und Stäbe auf der zuvor installierten Folie angebracht, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Dieses Stahlskelett wird wiederum miteinander verknüpft. Der Stahl sorgt später zusammen mit dem Beton für die dauerhafte Stabilität der Schale. Im nächsten Schritt erfolgt die Betonage der Sohle mithilfe eines sogenannten Schalwagens. Dabei handelt es sich um Wägen, die mobil im Tunnel verschoben werden können. Auf den Wägen befinden sich Anschlüsse für Betonpumpen und Verdichtungsgeräte. Damit wird der Beton flüssig in die Schalung eingebracht, wo er anschließend aushärtet. Nachdem die gesamte Sohle des Tunnels vollständig betoniert wurde, wird der gesamte Vorgang am Gewölbe wiederholt. Da hier alle Arbeiten über Kopf ausgeführt werden, muss der Beton mit leistungsstarken Pumpen gegen die Schwerkraft an die Gewölbedecke gepresst werden. Sobald die Innenschale vollständig angebracht ist, besteht der Tunnel aus einer sehr robusten Betonröhre. Die Rohbaufase ist damit beendet. Die Rohbaufase ist damit beendet. Die Rohbaufase Untertitelung des ZDF, 2020